Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Königin von Merlin, Trudy Gerstner! Also für mich ist Trudy Gerstner etwas absolut Einmaliges. Es ist eine Marke, die viele schon imitieren wollten. Es ist ein Mäusch, es ist ein Mäusch, es ist ein Mäusch. Trudy ist für mich so wie ein Öffner, und zwar ein Öffner für die Fantasie. Ich habe von diesem ganzen Land in ganz wenig gesehen. Ich bin immer zu meiner Schwester und sie als Prinzessin angelegt, oder? Und habe einfach zugelassen, stundenlang. Merlin-Tante habe ich nicht gern. Tante, der hätte so etwas Tantiges. Also ich hätte gern Merlin-Fee oder Merlin-Königin. Das ist ein Mäusch. Das ist ein Mäusch. Das ist ein Mäusch. Das ist ein Mäusch. Das ist ein Mäusch.